hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol und willkommen zur letzten zu den letzten videos vor der neuen season es gibt nicht mehr so viel was es noch gibt ihr seht es oben rechts sind turniere heute gibt es ein 3 vs 3 turnier mit dem phoenix mit der eule und dem smiley hallo ihr beiden ich grüße euch ja grüße mir geht's gut mir geht's gut ich bin sehr zufrieden ich hoffe ich hoffe euch auch ich hoffe euch auch so dass das passt ja sicher dann gut wir warten jetzt hier noch auf die auf den auf den start der des turnieres bis dahin können wir ja noch ein bisschen hier drüber uns unterhalten dass ihr leicht kommentiert abonniert in die videobeschreibung schaut man im twitter kann folgt im item shop mein creator code eingebt holy doll dann unterstützt ihr mich ein bisschen hier wenn ihr euch zum beispiel das läuft gleich ab aber falls ihr euch hier was kauft könnt ihr mich damit unterstützen und falls ihr bock habt könnt ihr auch kanal mit die band würde ich mich auch sehr darüber freuen so und ich würde sagen ich schneide die zwei minuten und dann sehen wir uns im juni wieder seid ihr damit einverstanden leider ja wie er noch nie geschnitten hat so machen wir das sehr gut so leute wir sind da wir sind da leute dass der phoenix muss noch bestätigen geht das los hier ich muss noch bestätigen erwarten da ist ein knopf da ist glaube ich aber ich drücke deutsch drauf ich habe ja es ist ja ja Achtung Achtung plack da isa da isa er hat's geschafft du ich hab's geschafft du wilde sache schon schwierig diesen richtigen knopf zu finden da ne jetzt geht's schon ab jetzt geht's geht los hier richtig smiley mal schauen so ich gehe ich gehe ja ich verlob der kommt sweaty sweaty auf geht's wollen wir doch mal gucken wie ist ja wie sehr sweated im gepäck ja ist ja auch ein champ turnier ne da kann ich nicht vergessen mal weg hier den kumpel nice hair sweated oh nice oh schade einmal geplöckert mir wurde der boost entwendet liebe und nachschuss ja ja ich habe ich war beim nachschuss aber das ding ist verboten ich bin null nice sehr schön komm mal greto du hättest einfach nur rein machen müssen das ding erst mal wieder eiskalt gehe ich in den dänkel das habe ich nicht kommen sehen hier wird hier wird auf jeden fall ich verlob da war schon da waren wir alle oh gott hier wird nummer eins phoenix auf zerstörungskurs ja ne der muss erstmal ein bisschen ausgemistet werden hier an dem kabuff die machen ja hier zu viel wind hier die kumpels ohja das geht ja schon so ab ne machen die ich bin mal einfach so ein bisschen an die wände ist auch okay kann man machen ja was macht ihr dann jetzt mal dazwischen ach schade ja die die boxen sind schwierig gerade ja das ist ja ich brauche ja noch die tor ja das ist ja ich brauche ja noch die tor explosion deswegen muss ich diese woche noch turniere spielen ja die mit dem wirbelsturm nicht ich habe den angebot ich wollte nicht springen verstehe und das war doof oh haben wir bei dieser idee ja ich habe ich habe lieber vom tor weg als zum tor hin ja ich wollte ja und knapp ich ja um es mal in deinen worten auszudrücken ja ich hatte nämlich den boost mehr und ich wusste nicht ob ich den jetzt noch reinkriegt so aber schön hochgelüpft das ding schön geschossen auch schön seitlich getroffen danke ich gehe noch mal hoch hast du ja und er fienix er 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 Was soll ich da noch sagen? Und die Zwischen sind abgestoßen, das habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön. Gefällt mir. So, was gefällt dem Phoenix, also wenn die sich da unten übt hat. Hat leider die Decke nicht berührt. Oh, da kam ein Holly geflogen, den habe ich nicht gesehen. Shit, muss ich mal schnell zurück. Ich habe keinen Boost übrigens. Horror schaffen noch geblockt. Schönes Ding. Schön pariert. Komm nochmal. Oh. Auf die Rolle. Fake, oh Gott, Hilfe. Ich dachte ich kriege ihn. Oh, Vorsprung, ich habe mich versprungen, sorry. Oh, ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen durch die Zerstörung. Das war doch von mir. Nee, alles gut. Oh, die wurde da zerstört und ich hab halt nichts mehr gesehen durch die Rauchwolke. Ich hätte den Ball einfach weiterspielen können. Äh, sorry. Oh, oh nein. Ist noch gefährlich, Vorsicht. Schön geblockt. Oh, oh, der kommt noch mal. Schön. Komm, noch mal zurück. Nein, jetzt hab ich dich noch geblockt, ey. Ich hol mir mal vorne den Boost. Oh fuck, ich hab gemisst. Oh, schade. Der kam so schön zu mir. Ah. Vorsicht. Ah. Ja und Leute, nächste Woche sag ich schon, die neue Season startet ja jetzt demnächst. Ähm, was erwartet ihr von der neuen Season? Wenn mit das? Wie nix. Wann? Äh, bitte. Oh, ich hab mich nicht. Ich war gerade etwas konzentriert. Ja, ich auch. Ähm, was ihr von den neuen Season erwartet? Boah, was soll ich von da erwarten eigentlich gar nix, weil, äh, die machen ja Stück für Stück, äh, Rocket League immer mehr kaputt. Also, was soll's. Ich erwarte überhaupt nichts mehr. Ja. Schöne Story im Übrigen. Ja, gut. Ich, äh, ich von mir persönlich erwarte, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Ich freu mich schon auf das Racing Game. Ach so, das meintest du. Ja, okay. Natürlich, äh, würde ich mich mal freuen über, über, über GC. Prinzipiell gesehen. Easy. Haha, easy. Haha, easy. Haha, easy. Ja, ja. Warst du und wird doch einen perfekten Team damit gegeben, ey. Ja, ähm, ja, ich, ich, ich erwarte von mir auch, dass ich vielleicht wieder champ werde. Ähm, im Moment ist das ein auf und ab. Smiley, äh, für dich ist Ziel SSL nächste Season, oder? Haha, schön wär's. Nö, aber ich würde immer gerne Grand Champ 2 werden. Ja. Ich war ja dort Liga 3, Liga 4 die ganze Zeit, und, äh, ja, schon mal cool, ja. Ja. Ähm, ihr schreibt in die Kommentare, was euer Ziel ist für die nächste Season. Ähm, und natürlich, welchen Rang habt ihr in dieser Season erreicht? Habt ihr die Diamond-Belohnung, die Champion-Belohnung, Grand Champ, oder natürlich auch habt ihr SSL-Belohnung erreicht? Ähm, gerne in die Kommentare. Ich leider nur Diamond. Aber das mache ich mit Stolz, und, weil, ich hab's nicht geschafft, aber muss ich damit leben. Weil wir, weil wir gerade davon sprechen, ja. Ich bin, äh, bei dieser Season tatsächlich in Frees einfach mal höher als in Twos. Was? Das ist aber dem, äh, dem, äh, dem Daniel und dem Mixel geschuldet, weil wir da einfach, äh, vor kurzem zu dritt gespielt haben und da eine 10er Winningstreak hingelegt haben und dann einfach mal alle drei auf, auf Champ 2, keine Ahnung, Liga 3 oder 4 gesprungen sind. Okay. Und, äh, und, äh, und Twos habe ich irgendwie bisschen vernachlässigt diese Season. Habe ich irgendwie nicht so oft gespielt. Ja gut, das ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass ich, äh, in Frees höher war. Weil, äh, Frees spiele ich immer nur 3-4 Spiele, dann bin ich gefrustet und dann gehe ich wieder raus. Genau, das ist es ja. Und vor allem ist ja Frees normalerweise auch ein bisschen schwerer, gerade wegen der Rotation in allem. Aber das hat, äh, mit den beiden, äh, so gut geklappt, äh, kann man einfach, äh, nichts anderes sagen. Also, was wir da auch für Passing Place rausgehauen haben, jenseits von gut und böse, meines Erachtens nach. Ja, ja, aber wir drei spielen ja auch sehr gut zusammen jetzt, ne? Ja, definitiv. Wir machen ja jetzt auch so 10er Winningstreak, sonst können wir das Turnier nicht gewinnen, glaube ich. Ja, richtig. Wird ja kein Weg dran vorbei. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich noch, also, Stand heute, wo ich aufnehmen, ist noch kein Trailer raus. Was ist denn, worauf warten wir denn hier jetzt? Äh, ist noch... Ja, wir warten noch auf das Ei da. Auf ein Ei, ja. Ähm, Stand heute ist noch kein Trailer draußen, äh, wo wir hier aufnehmen. Ich hoffe ja, dass noch ein Trailer rauskommt für die nächste Season. Irgendwie kommt da nix. Keine Information, kein gar nix. Ja. Wahrscheinlich gibt's dann gar keine Season mehr. Kein Trading mehr, keine Season mehr, einfach nur noch Rocket League. Toll. Meinst du nicht? Die schaffen dann alles ab. Ja, dann verabschieden sich einfach 70% aller Spieler und dann brauchst du das. Ja, wenn's keine verschiedenen Seasons mehr gibt, dann wird's ja auch echt langweilig irgendwann. Das einzige, was ja noch so ein bisschen zum Greinden anhält, ist ja ein geiler Rocket Pass, ähm, dann alle drei Monate eine Belohnung, weißt du? Ja. Ansonsten ist ja gar nix mehr da. Und völlig überteuerte Items aus dem Store, die dann wahrscheinlich auch keiner mehr kauft, weil es sowieso nicht tradable ist. Ja gut, aus dem Store, die waren ja noch nie tradable, ne? Ach ja, stimmt. Jetzt wurde es raus. Das ist ja kein großer Unterschied, aber es gibt bestimmt Leute, die sagen hier, zum Beispiel für die Fruchtexplosion, die hat mir der Alpha besorgt übers Trading für 50, ne 60 Credits und die sollte im Shop einfach 2000 Credits kosten. Das ist natürlich ein riesen Unterschied. Ein riesen Unterschied. Oh. Äh. Äh. Okay. Ich hab meine Chance gesehen und umgesetzt. Alles klar. Naja, gut. Da hast du auf jeden Fall schon mal ein Tor geschossen, das ist ja schon mal schön. Ich hab mich in die falsche Richtung gedreht. Der sollte eigentlich aus dem Tor raus, nicht Richtung Tor. Gib's einfach zu, du wolltest, dass wir mit Handicap starten. Ja, ich dachte, wir sind so gut. Nee, wenn du die falsche Luftrolle drückst, ist scheiße. Wenn du dich falsch rumdrehst. Der kommt doch fies. Danke dafür. Danke dafür, Alblali. Mann. Ich spiel nachher genau in hier rein. Logisch. Ah, der kommt direkt zum Daniel, Vorsicht. Ich hab kein Boost, mein Boost, lass' So Fenix, bitte Äh, ne Wer nicht du, bitte Okay, der Gegner macht bitte Drei haben es versucht, der Gegner hat es geschafft Bitte Und drei, saustark Mit Anstoßer Von hinten Da hat der Holy einfach nochmal einen schönen Boost gekriegt Sehr schön Oh ne Ich hab's schon von unten gesehen, sah ziemlich interessant aus Da hat er auf jeden Fall eher noch Bock gehabt Mit Anlauf Mit Anlauf Anlauf statt Gleitcreme Ah, schade Oh, ich wollte zerstören, hat nicht geklappt Oh no Olli Jawohl Nein, ich flieg vorbei, warum denn wo Schade Schön Ja, jetzt bammt er mich Oh, schade Sorry Äh, ich wollte dir auch ein bisschen, äh, nochmal nach vorne, dass du vielleicht ein Redirect machen kannst, aber das war zu äh, zu close haben Ich hab's nicht gesehen Ich hab' jetzt gar nicht mehr durchgesehen, wo du ihn wolltest Ich hab' jetzt gar nicht mehr durchgesehen, wo du ihn wolltest Schon mal Schon mal gut Mal interessant, ja Wenn die wissen, sonst haben sie keine Chance Oh, sorry Kein Problem Sprich, wenn er spricht, kann ihm geholfen werden, verdicht Ja, ja, ich wollte nicht sagen, ich hab' den Ball, weil dann hab' ich ihn nicht und dann werd' ich auch wieder angeschossen Alter, schönes Tor Jawohl, sehr, sehr, sehr schön Ah, ein Traum, ein Traum von Tor Oh, dann geh'n hoch, pass auf, ne? Warte, gleich Und Oh, nice Gleich noch hin zu nachher geschoben Sauber Doppelpack 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 Vom Smiley Vom, äh, Buschlock Buschlock Oh, da hab' ich die Tore geschossen, jetzt schießt Smiley wieder Ja Obwohl, ich hab' auch schon ein Tor geschossen Zwei sogar Oh, den Oh, meinen Schuss hält er natürlich wieder War aber auch einfach nur zu schlecht geschossen in dem Moment Oh 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 Ich wusste, dass der auf einmal so schnell wird Oh Oh, open Der rollt Und der rollt Ich frage mich, warum ich überhaupt nur in der R vor Ich frage mich, warum ich überhaupt nur in der R vor Ich frage mich, warum ich überhaupt nur in der R vor Alle drei haben da in der Ecke gehockt, was ist denn mit denen los? Ja, das, äh Das ist halt wieder so geil, ne? Wollen hier große Jamf-Spieler sein Und dann spielen sie so einen Käse zusammen, wo sie zu dritt in der Ecke rumgurken Ja, den hat er leider an mir durchbekommen, an der Wand Oh Hat den einer? Jawohl Näm ich mit Oder auch nicht, ich blocken zumindest Bauen sie hoch, bauen sie hoch, danke Ah, schade Ja Nein, der kommt an die Decke Oh, miese Brise Äh, okay, wenn jemand im Tor ist Ja Erst sind sie alle drei im Tor, dann stehen sie vier im Tor Und plötzlich braucht ihr noch mehr Ja, moll Da sind die beide weggefahren Ja Okay Wenn da keiner drin ist, dann mach ich halt ein Tor Ey, das ist aber echt auch dein Spiel, oder? Also, das war dein Spiel, sagen wir es mal so Ja, ihr dürft nicht vergessen, ich hab auch zwei Tore gemacht Direkt ausgerastet Ja, stimmt, du hast auch zwei gemacht, stimmt Jetzt wird es aus Ja Es ist zwei Tore gemacht Ja Und im Lutz-Kurport steht nur eins Naja, warum wohl Ja, ich weiß nicht warum Das kann ich jetzt nicht mehr, das kann ich jetzt absolut auch nicht nachvollziehen, warum da nur eins aufgeführt ist, wenn du zwei geschossen hast Ja, ich bin, ich bin fassungslos Mädels, ich bin in einer Sekunde wieder da, ich will mir was zu trinken Ja, es geht weiter, Leute Wir rasen hier einfach so durch Nicht wegen mir, sondern trotzdem mit mir rasen wir hier einfach durch Ich seh dich nicht und trotzdem will sich das, ne? Ja, du bist, äh Ja Ja Grellseher, voll Beruf Oh, starkes Ding, Huli, nice Geh, sag mal hin, ja Ja, wollte ich Warte Mit hinternehmen Aber er blockt mich Nein Nein Oh shit Also 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 Das war ja mal Also das war ja mal Das war ja mal, ne? Ne? Hast du auch eine Ehebeine? Also 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 Ähm Ähm Schön Ähm Ich dachte mir ist ja ein guter Pass, ne? Leute, hier gibt es nichts zu sehen Es gibt hier nichts zu sehen Ich hab gar nichts gemacht Gar nichts So So, ich bin ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der ein Tor schießen kann Schade Äh, ich bin auch gerne dann daneben Oh shit Nein, äh Ah Gott, das wär ein auch schönes Ding Ja, ich war, ich muss Schön gebummt und schön gemacht den Typen Ich konnte die nicht gezielt wegschießen Ich hab, ich hab irgendwie jetzt ein bisschen Brustmangel hier an dem Äh 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 Oh, schade Habe ich kurz geblockt, aber muss noch mal hin Oh shit Äh Sorry dafür Ich konnte nicht besser blocken gerade Oh shit Ist gut Ich hab aber auch keinen Wuchs mehr Ich komme Okay, ich komm nicht mehr Nö 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 Hab den weg Hätte ja sein können Hätte ja sein können Oh Ich wollte ihn noch dämon Wenn und links außen Oh 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 Genau so, Alter Genau so Wild Wild lan Z statute Tick zack Tick zack Tick zack Von sich Tick zack Nack mit die gegner was ist denn da los ja es ist guter tag guter tag diese ich wollte das machen was das zwei die bau mit mir gemacht hat hat auch nicht ganz gut geklappt hat nicht so gut geklappt ich hab aber mal einem rückwärtsflip gemacht ich hab's zwar schon gesehen aber dass er da noch mal drauf geht wunderschön maverick zehn set bestimmten tschecher der maverick ist doch so ein soldat oder nicht ja da ist eigentlich maverick ja aber das bestimmte tschechische maverick deswegen auch da hat es ja nicht mehr gereicht das ist ein daraus zu springen vorbei das wird auch noch einiger ist ja schönes ding nämlich das habe ich so viel so viel dass ich dich gerade gewandt habe ich wollte eigentlich den kumpel dort zerstören ich wollte doch ein turnier gewinnen also ja gut richtig 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 wenn du schon keine äh keine champbelohnungen bekommst ne dann bekommst du vielleicht noch ein champ gewinn äh turniersiegertitel vielleicht mit ein bissel glöckchen wäre ich wäre ich mit zufrieden wäre ich mit zufrieden leute da fliegen vier leute rum und ich weiß nicht wer jetzt den ball berührt oder warum werden ja der pass war unfassbar und ja der pass war unfassbar und ja der pass war unfassbar ja geht das auch direkt oder wie sieht das rein ja was weiß ist direkt weiter und der nico k destripado alex und untergamer 929 wir machen jetzt quasi den den halbfinale ja ja das ist wie 12 viele das ist so denen den halbfinale ja auch schön ja gut leute halbfinale das wird das wird das wird das wird war ich jetzt geht los ich hätte drücken müssen ich habe vergessen zu drücken also wir haben schon mal einen ist zwölf champ turniersieger dabei ja alle drei champs ja ultra gamer dosen clowns gesicht kann ich nochmals mehr ja ich hatte gedacht dass ich das schaffe aber ich habe auch bock ich kann nichts machen ich habe einfach keinen muss die ganze zeit ich bin so kacke ich bin wirklich und jetzt habe ich genau vor dem ersten tor habe ich tatsächlich aber wir starten immer mit einzelnen rückstand alles gut ja das ist immer so wenn wir kein kleines tor schießen dann schießen doch die gegner auch mal ein tor oh da war ich auch dran als ich saue ich saue du er kommt gleich nochmal zurück ok hast du bock hoh bock bock hab ich bock 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 ho favor helter herzen folgt herzen folgt Felix mit Herzinfarkt hier mitten im game du wir sind jetzt auch blau nicht nur mit einer orange schau scheiße diese eine tut da will dass wir wissen diese alex alle drei stressig gerade ist ja so als wenn die gewinnen wollten ich muss mich einmal ein bisschen jetzt ich bin gerade total lust jetzt muss ich mal fahren ja ich muss ja mal gucken wo die kurze zeit ja auch stets 1 0 da kann ich da habe ich die zeit aber schön geschossen wurde ich habe ein paar ich kann vielleicht wahrscheinlich noch bekommen aber ist alleine gerade ja gegen drei wird es aber schwierig weil zwei blocken mich und der dritte kommt angeflagert dann ja ich weiß mal nicht wie man es ist das sind die fans wissen was aber doch mal ab mensch auch der unter zweite mal damit jetzt ich habe das von hinten so gesehen da habe ich schon gesehen da zwei die gedruckt das gibt ich muss mich ab und zu mal ein bisschen konzentrieren dann geht das schon aber ich merke dann ich merke dann immer kurz davor so wie der adrenalin spiegel steigt das ist das gefühl hat man verkockt jetzt dann gleich ja das gefühl kenn ich also der eine alex ist weg er hat mich gebannt ich habe jetzt gehofft dass ich noch treffe ich habe mich nämlich verdreht und habe mit dem arsch reingemacht aber so dass die noch definitiv nicht reden können wo dahin geht also richtig gut eigentlich ich werde ja irre ich werde ja irre ich werde ja irre ah shit oh starkes ding wenn die dazu dreht auf den ball gehen kann ich nichts für und die haben sich das ganze spiel so konzentrierten am ende brechen sie so auseinander naja ja kriegen sie auch ein gg für ja wir sind die einzigen wo gg schreiben ne ne die beiden orangen haben auch gg geschrieben ich wollte es gerade sagen da ja ok könnt ihr das sehen und den roten haben direkt gg reingemacht ja das sehe ich nicht wenn die da nicht den schnellchat benetzen nicht nicht auf meine punktzahl gucken leute ach das ach so ja wenn sie selber schreiben ist schwierig ja hä du bist ja trotzdem teammitglied ja aber ich hatte ganze teammitspieler ich war dabei ich war dabei punkte sagen nie was wirklich passiert ja genau ich war einfach der beste ich habe einfach nur wenig punkte gehabt ich mein wenn du wenn du bei jedem tor jeden weggedemot hast dann hast du auch keine punkte dafür gekriegt oh zu weit nach links schade was hier denn los die scheiße ich bin schon scheiß die wandern ich meine natürlich malen wir sie braun an geblockt kannst du da noch mal hin späten aus der ecke raus aber er spielt den dreck zu smiley und jawoll also indirekt müsste ich dafür pass kriegen vielleicht man ja ich glaube es werden die letzten drei berührungen gezählt dann sind vorlage ja nein dann auch glaubt die zeit und lange der ball bei uns auch so läuft das also ok ich hätte vielleicht mal ja ich glaube zeit ist soll zeit zeit ist das auch gewählt naja die nochmann in den zeit noch ein bisschen anders hier die ja den bus aus der ort sind wir bekommen kollege ja ich habe gestern bilder gespielt wirklich cool ja ja was hast du gespielt normales vielleicht kommt das davon normales acht ball oder snooker oder neun ball oder was spielst du ne ne normales acht ball schade er spawnt oh bernie macht das jetzt ich wollte ihn nochmal touchen aber ne ja ich wusste dass der kommt oh das wäre ein böser Mensch geworden wenn ich da herangekommen wäre ey der wär richtig nach vorne gegangen du beide vorbeigesprungen alter das gibt's gar nicht ja weg der mich ey okay uoh okay er keinig wichtig schade ich wollte jetzt nicht rangehen weil ich gesehen habe dass du hoch an der wand gefahren bist ich wollte nicht erwartet dachte du kommst du bist weil du so wenig punkte ich bin auch dabei ja mann hier hat er hat er einfach mir für 60 credits besorgt auf den kleinen startkick gegeben ja ja wieder wieder anlaufstadt gleiten ja ja ich weiß ja nicht jinxen aber ich sehe uns schon im finale ja könnte möglich sein ich wusste nicht ob einer hinter mir ist ich nehme mal den ball mit und den boost ach schade ich war zu weit vorne sorry naja der andere kam auch von hinten da hat den ball noch mal nach vorne gehetet ja ich habe nur drauf gewartet also entweder hättest du halt geschossen man hat mich die gut gefakt ich bin einfach matchergebnisse stehen aus ich schneide bis zum finale freunde finale 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 die ich persönlich absolut hässlich finde ich bin ja gar nicht schlecht ich finde alles scheiße das ist aber jetzt diskriminierend den zompass gegenüber das ist nur ein gegenstand das ist wichtig das ist wichtig dass unser motto immer mit dem eigentor starten ja komm ganz ehrlich nächster kollege schnirschuh nisch da da bin ich mich nicht ja okay ich bin ich so langsam sorry alle drei da und smiley fehlt so ein boost kommen ans bond danke ich gehe noch mal drauf wenn er mich lässt da komm ich nicht hab null boost denn hast du noch mal ich bin so kack eigentlich haben müssen den ball da oh mann der spielt aber ätzend ach ne der ist ätzend nicht ätzend bei mir ist er jetzt ätzend nee sorry mann wieso wusste ich es ich hätte geradeaus weiterfangen daneben gott sei dank und er ist gepriesen und gedoodelt der hat bei mir gebackt oder der ist bei mir zurückgebounce jawohl nice sehr schön bei mir ist der ball abgebounce und wieder zurückgekommen wie er ihn rein macht sehr schön oh mann wunderbar ja ich hab gesagt es wird easy wow jetzt holi 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 alles gut alles gut das ist halt eben weil wir jetzt die ganze zeit diese kack pause hatten ich spür es direkt wir waren so im flowen jetzt wieder nehm ich ja oh sorry bernie kein problem das war jetzt vielleicht nicht so klug das habe ich auch mal gar nicht kommen sehen ja ich auch nicht ja auch nicht der ball war auf einmal 1000 kamera schnell gefüllt geil starkes gerät ey oah hu ne schöner kicker sehr stark schöner kicker ich musste bloß leider um holi drum rum fahren 10m äh sorry nee da ist zu hoch nein ja macht nix oh nee da ist zu hoch die nimmt er mit oh nein direkt ich hab den ich hab den ich hab den äh du hast den ja nein ich konnte nicht blocken oh oh das geht nochmal hoch 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 ja 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 beide sind bei uns nicht fair das wäre jetzt ich komm nicht hin mein ding gewesen oh oh ich hab nur gehofft dass ich eher rankomme als der accent und es hat geklappt leute okay kann man da geht es vorsicht wieder auf ätzend alter der nerv liebe zuschauer ich hoffe wir sind alle wach jetzt bin ich auch immer wieder wach ich war kurz eingepennt aber jetzt bin ich ja mal nach der pause ist das kein wunder und die haben ja ihre ganzen spiele durchgefressen ich sag mal ich habe gar nicht so schlecht performt du hast so stark gespielt ich bin richtig gut man die letzte parade von dir die war vor allem extrem wichtig und ein tor auf jeden fall hoch also gut ich bin in regel nummer eins aber das ist egal dieser blitz hat er mich auch noch berührt er ist für ein hund ja ich bin mir ziemlich sicher dass der sergos besser ist als ich habe ich wollte auf ihn drauf ich halte ich bin nicht mehr in rule 1 wieso bist du nicht mehr in rule 1 ich wurde rausgeblockt verstehe ich nicht ein gegner hat den den rule 1 gebrochen also uns gebammt ich wurde zerstört wieder von dem anderen typen ja das ist komisch die brechen die reihe nach die wollen sie brauchen alle drei leute noch nicht mal die berührung die war gut schlecht von mir ich nehme dir runter jetzt gehen sie aber hier auf aggro kurs du ja ja da habe ich nicht nein drauf 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 ja wohl schön bin doch da weg links links ich bin hinten ich habe den bus gemisst da habe ich mitgenommen derjenige der wenigstens anfangen kann ich wollte ihn weiterleiten sie haben alle kein bus ich muss immer drauf oh der kommt gut oh ne er hat ihn noch mal der abstand oh wichtig oh der war soweit jetzt werde ich hier wieder gebammt der war trotzdem knapp ja der hat dich zerstört ich habe ihn dafür zerstört ja ausgleichende gerechtigkeit oh gott oh nein ich mach POP oh ich mach POP oh oh ich denke er springt daneben wir sind richtig am schwitzen sind richtig am stressen sind sie ja man wie nee der fliegt oh nee ich dachte er geht an der decke und kommt wieder runter komm ätzend oh gott ätzend hat mich verarscht er geht nicht die boost ist so schwach oh er blockt ihn weil ich nicht genug boost hatte sonst wäre ich viel eher dran gewesen oh 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 moh ey wie die wirklich an jeden Fall ja wollte ich wollte ich ging nicht ich wollte grad flicken und es ging trotzdem nicht geht noch mal in die mitte hoch habe ich nicht da lacht er einfach ich bin noch nur muss schlecht was war das für ein touch egal alles gut ich weiß zwar nicht was da für ein lüpfer da war aber ich nehme es meine karte hat sich so kurz vom boden aufgehebt wo er mal da drauf geballt ist 30 sekunden vor schluss daten daten pauli er war stark hat er durchgekriegt scheiße das ist nicht schade verdammt nein nein oh gott und ich habe eine champion belohnung dieses diesen erreicht ich werde ja immer was die champions diesen belohnung zumindest für ein turnier zum ende der season das turnier gewonnen ich werde weg gelobt aber ich muss sagen die letzten gegner waren tatsächlich auch ganz schön hart also die sind schon gut unterwegs gewesen durchgesetzt haben wir uns trotzdem leute ich bedanke mich bei euch für dieses wunderschöne turnier meine nix vielen dank auch vielen dank auch dir was sagt ihr hat das nicht in aber verdient dass ich hier ein turnier gewinne mit den beiden besten turnierspieler also ich habe nicht dass ich habe turnier mitgespielt gewonnen gewonnen haben wir wollen haben es mal hier und wenig bevor du jetzt weiter redest das ist überhaupt nicht wahr also noch mal ein gestand und wurde gestehen muss das wenn es in paraden tore oder irgendwas gegen und das heute nicht immer so schnell bist wie alle anderen ist es noch lange lebt dass du wertlos bist also bitte ja gut sagen wir sagen nicht an dich irgendwie ohne zu machen ja gut komme ich vorbei ich war ein wertvolles teil ich schwöre ich komme vorbei dennoch dennoch bedanke ich mich für dieses wunderschöne erlebnis ja und falls sie auch noch mehr wunderschöne erlebnisse mit mir und smiley im und phoenix und alpha und was weiß ich nicht wem alles haben wollt liken kommentieren abonnieren wir sehen uns im nächsten video wieder haut rein ciao ciao und hier die grüße an meine kanalmitglieder an die lauten unterstützer vielen dank phoenix tombstone aksw vielen dank für eure unterstützung